Hallo, mein Name ist Tom Kill, wir sind von Company Electric. Heute werden wir einige Thermographien an Salzschränken machen. Mein Kollege Mike wird es vor Ort durchführen. Wir prüfen, ob sich Hotspots, Problemstellen oder Indikatoren zeigen, welche zu Problemen führen können. Zunächst öffne ich die Abdeckung, um anschließend Wärmebilder zu nehmen. Scheinbar sind die Sicherungen und Klammern die heißesten Stellen. Diese Sicherung ist anscheinend nicht angeschlossen. Jetzt messen wir die Temperaturen der Kabel. Scheinbar ist ein Kabel deutlich wärmer als der Rest. Bis zu 135 Grad Fahrenheit. Nun einmal in Celsius umschalten. Auf dieser Seite scheint weniger wärmer zu sein als hier. Dies verrät mir, dass Verbindung an dieser Stelle am heißesten ist, wo es wahrscheinlich als erstes die Störungen kommen wird. Dennoch liegt dieses, was auch immer, im Toleranzbereich der Temperatur. Dennoch liegt die Temperatur im Toleranzbereich. Die maximale Temperatur liegt wahrscheinlich bei 75 Grad Celsius und aktuell haben wir 58 bis 60. Segen Sie Hotspots auf jeden der Wasserhöhren und den Verbindungen. Hier kann man keinen Unterschied erkennen. Alle sind heiß. Es gibt keine Lösenverbindungen auf dieser Seite. Nun öffne ich den Zugang der anderen Seite. Man sieht, dies ist schon sehr alt, aber dennoch in gutem Zustand. Seitens der Verbindungen kann man keinen Zugang vom Wärme erkennen. Hier ist es ein klein wenig Wärme. Okay, diese Phase ist etwas heiß. Die Phase ist ein bisschen heiß. Die Phase ist ein bisschen heiß. In Gang mai auf der Herstellerpiehe Nachhaltigkrischen Die Hübschensische Nachhaltigkrischen Nachhaltigke